Unter uns ist auch noch ein Team. Das heißt, wir haben Gäste zum Frühstück. Ja, zwei. Also einen definitiv. Bei dem anderen, ich trau dem nicht. Ach ja, wieder nur P20. Oh Mann, bei mir bugt das komplett rum. Okay, meine Waffe ist wieder da. Der Hemlock. Wir kriegen sie gerade. Finde ich gut. Ja, was besseres finden, wie eine Hemlock. Und ich finde hier alle Scheiß. Fahrrad immer. Ah. Aber keine vernünftige Waffe. Noch eine Hemlock. Wird doch gerade kurz. Und dort. Prawler, hier ist eine Hemlock. Seine Zeit war abgelaufen. Noch eine Hemlock. Ist doch. Oh, mitmachen. Oh, mitmachen. Was sagen könnte, dass du die Flatline hast. Ja, das war die erste Waffe, die ich hatte. Der Todeskiste. Warum hat sie nur den Scan raus? Keiner. Eine Minute, bis der Ring sich verändert. Der schlecht ist. Auf jeden Fall ist Bangler nur dabei. Ja, da wird gerade einer wieder geholt. Landungsschiff wurde angefordert. Heißt, der ist hier irgendwo. Oh, der ist gerade auf Nieder gesprungen. Oh, lad doch schneller nach. Er ist down. Mhm. Wo ist der andere? Ich höre ihn irgendwo hier. Ja. Hä? Krieg dich. Hä? Keine Ahnung. Muss erstmal schnell schilden. Ja, der muss hier irgendwo sein. Weißt du, bist es nicht. Was versucht sich erstmal zu schilden oder so. Da hinten ist er. Ich weiß, ich quäle dich, ne. Ist. Ist. Komm. Er hat ne Mosi. Er ist genau hier hinter. Hä? Ist er da? Ist. Er nimmt sich mein Schild. Boah. Volle Karn rein getrückt. Ein ganzes Magazin. Hm. Oh. Nur mit der verkehrten Waffe. Lade Schilde auf. Aber hier. Vielleicht irgendwo einen mobilen gesehen. Nein, ich glaube, den musst du herstellen. Ja. Den musst du, glaube ich, herstellen. Warte mal. Warte mal. Äh. Ja. Äh. Passt hier nix. Ich hatte hier vorne noch ne. Hast du gesehen? Vielleicht hat er einer gefunden. Aber nein. Okay, wenn der herstellen kann, kannst du ihn doch nicht finden. Nee, vielleicht hätt's ja sein können. Weißt du, dass er schon hergestellt hat. Wir haben hier alles leer gelootet. Bei den Nachbarn abgehangen. Scheiße. Der dicke. Jo, der ist low. Achtung, es gibt einen neuen Killspitzenreiter. Hast du aber gut. Sehr gut gemacht, Schatz. Nicht nur gut, sondern sehr gut. Dankeschön. Was ist denn da liegt drüben mehr? Zum Glück hatte ich mir nicht viel. Hier ist dein Evo-Shield. Stufe 2. Zöhnchen kommt vorne. Hier ist der Rampage. Nimm die Stillzellen mit. Das ist 2. Ja, ich habe wenigstens 2 Waffen und äh. Bisschen Muni genauso wie ich. Bisschen Muni. Hm. Ja. Shit. Geh mal in die City. Ja. Größerer Erfolg Munition und so zu bekommen. War aber halt auch leichter um gebracht zu werden. Ja. War halt auch leichter um gebracht zu werden. Jo. Ja. Todeskisten. Todeskisten sind immer gut für irgendwelche Kleinigkeiten. So. Im Höllensektor scharf schützen. So. Oh. ein lila rucksack liegen lassen ande hast du auch schwer so hat er nichts eine minute bis der ring sich verändert hier ist nur noch eine höhe noch 45 sekunden der ring ist ganz schön weit weg so 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 Lass uns rein. Ein Todaushalt des Rings. Das ist mir ja jetzt nicht. Aber hier musst du bleiben. Aber das ist halt doch noch ein Weg. Keiner mehr in der City ist, ey. Welcher Schüsse? Ah, vor 80 Sekunden ist hier einer lang. Ja, geradeaus. Ja, seh's. Ja, geht hoch auf den Turm. Beide? Beide. Ich glaub, die haben uns gar nicht mitgekriegt. Die gucken nämlich nicht hierher. Ich kann nicht so weit werfen. Wieso ist denn das runtergefallen? Danke, Schatz. Wieder. Sein Kill. Danke. Oh, das war der Kill-Spitzenreiter. Ist der andere. Oben ist er nicht. Den verzeh ich nicht. Oh, bei mir. Er springt und will abhauen. Oh, fuck. Mist, ich muss nachher. Von hier hat mich irgendwas erwischt. Er ist low. Ja. So. Ist das, kann ich nicht durchschießen. Ja, ja, da, 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 da. Ich brauche medizinische Versorgung. Ich hab bestimmt mit Kollegen aufgehoben, äh, also jetzt. Naja, er hat sein Schild genommen, das hab ich gesehen. Brauchst du Phoenix? Ich müsste haben. Ja, ich hab. Okay. Ich hab so ein Notiz-Schild dabei. Fast geschafft. Wir sind in der Nähe des Links. Okay. Ja, hat er rausgenommen, weil das war rot. Hm. Oh, dann bin ich mit das. Da hat er ihn wieder geholt. Da hat er ihn wohl geholt. Cool. Hängst dich offenbar fest in der Ecke. Oh, ich würd mich, glaub ich, mit dem Pürzel anbrennen. Nein, noch nicht. Hahaha. Jetzt gucken, wo da hin ist. Ja, nehme ich Steps. Ja. Da. Abblau. Chill, Drake. Zu weit. Die sind da hin. Ja. Laufen gerade nach rechts weg. Muss nachladen. Hast du doch gerade noch gesehen. Punkturm. Achso. Noch eine Minute. Der Ring ist in der Nähe. Ich hab nicht gehört gehabt, dass sie hoch sind. Ich hab sie auch nur gehört, wo sie dem Lust geflogen sind. Na gut. Na gut. Gehen wir weiter. Ouch. Von oben. Ja. tja dann einfach mal rüber ja ich muss erst mal wieder rauskommen da hat nicht noch mal auf mich geschossen da kommt was ich glaube auf der anderen seite von dem gebäude wird sich gern gehabt ja dann laufen sie nach unten ein team ist auf jeden fall von rechts nach links gerade da rum ein kleines runter nur noch 1 gott übrig nur noch wir und die anderen ja die sind da oben noch ist ganz so schön die tür offen und gerade so ein bisschen gesehen aber war niemanden getroffen ein lifeline ist unten ich habe keine granaten ich auch nicht mehr jetzt schon kommen wir rüber leider nichts erwischt dahinter uff oh bei mir drinne shit liege oh von hinten ja ja hat dann ja auch nix mehr war aber eine schöne runde mhm erkunden wir diesen weg ok